Petra Geert, MPU-Beratung und Organisation. Ich berate und begleite Sie vertraulich, bis Sie Ihren Führerschein wieder in den Händen halten. Ihr Führerschein ist weg, Sie müssen zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Ich mache Sie fit, begleite Sie von der ersten Stunde an. Ich bin für Sie da und sorge mit einer optimalen, diskreten Vorbereitung dafür, dass Sie den Test erfolgreich und ohne Ängste bestehen. Ich organisiere für Sie Termine mit Anwälten, Psychologen und Behörden, versorge Sie mit wichtigen Informationen und Details und stehe Ihnen zur Seite. Gemeinsam machen wir Sie wieder mobil. Auf Wunsch begleite ich Sie persönlich zum Prüfungstermin und berate Sie auch nach bestandener Prüfung. Ich begleite Sie in gegenseitigem Vertrauen, damit Sie ein gutes Bauchgefühl haben. Rufen Sie mich gerne an.